Stell dir vor, du als Verein schaffstest vom allerersten Mal in deiner jungen Geschichte in die höchste deutsche Amateurklasse aufzusteigen und nimm zusätzlich erstmals an der ersten Runde des DFW-Pokals teil. In diesem Wettbewerb kannst du dich gegen einen ehemaligen Bundesligisten stark präsentieren und auch in der Regionalliga überzeugst als Aufsteiger mit überdurchschnittlich guten Leistungen. Doch nur drei Monate später ist von deinem einzigen Erfolg in der Regionalliga nichts mehr zu spüren. In der Versenkung verschwunden findet man dich nur noch in den tiefsten der Tiefen des deutschen Amateurfußballs wieder. Dies, was ich euch gerade erzählt habe, ist keine von mir ausgedachte fiktive Geschichte, sondern das traurige und wahre Schicksal des einst jung aufstrebenden Fußballvereins, den 1. FC Kahnmarienborn. Wer ist der 1. FC Kahnmarienborn? Wie wurde er so erfolgreich? Und was waren die Gründe für seinen Absturz? Im heutigen Video geht es um den Aufstieg und Fall des 1. FC Kahnmarienborn. Der 1. Fußballklub Kahnmarienborn ist ein Sportverein aus Kahnmarienborn, einem Bezirk im Osten der Stadt Siegen in Nordrhein-Westfalen. Gegründet wurde der Verein am 1. Juli 2007 und übernahm die Fußballabteilung des TUS 1886 Kahnmarienborn. Gefördert und finanziell unterstützt wird der Verein durch Christoph Thoma, eine geschäftsführende Gesellschaft der Maschinenfabrik Herkules in Siegen. 2008 stieg der Verein bereits in die Landesliga und zwei Jahre später in die Verbandsliga Westfalen auf. Dort erreichte die Mannschaft bereits in der ersten Saison den dritten Tabellenplatz. 2016 stieg Marienborn schließlich als Zweiter der Westfalenliga Staffel 2 und Sieger im Entscheidungsspiel gegen den Zweiten der ersten Staffel Delbrücker SC in die Oberliga Westfalen auf. Zwei Jahre später gelang den Kernern den Aufstieg in die Regionalliga West. Als Tabellenvorletzter mit 39 Punkten folgte 2018-19 der direkte Wiederabstieg und nach zwei Corona-verschwendeten Jahren kehrten sie 2022 in die Regionalliga zurück. Als Meister der Oberliga Westfalen 2021-2022 hat sich der 1. FC Kahnmarienborn erstmals für die Hauptrunde des deutschen Fußballpokals qualifiziert. Dort in der ersten Pokalrunde traf der Verein auf den 1. FC Nürnberg, wo man bis in die 45. Spielminute ein torloses Unentschieden halten konnte. Nach einem unhaltbaren Freistoßtreffer und einem ungünstigen, abgefälschten Ball verloren die Kerner knapp mit 0 zu 2, aber bei einer Ballbesitzstatistik von 45% konnten sich der Oberliga-Aufsteiger sehr stark verkaufen. Ebenfalls stark verkaufen konnte sich die 1. FC Kahnmarienborn in der Regionalliga, die vierthöchste Spielklasse des Landes. Der Verein legte einen hervorragenden Start hin, holte aus den ersten 6 Spielen 16 Punkte und war sogar kurzzeitig Tabellenführer der Liga. Nach Ende der Hinrunde überwinterte der Verein mit 28 Punkten aus 17 Liga-Partien auf den 5. Tabellenplatz. Der Verein war zwar nie ernsthaft im Kampf um einen möglichen Drittliga-Aufdeck beteiligt gewesen, aber als Aufsteiger konnte sich der Verein unter den Top-8-Teams halten. Nach einem 2 zu 5 Sieg gegen Wattenscheid, einem 2 zu 2 Unentschieden gegen Wiedenbrück, 2 zu 3 Sieg gegen Bocholt und einem 2 zu 4 Erfolg am letzten Spieltag gegen Alemannia Aachen beendete der 1. FC Kahnmarienborn der Verein mit den viertkleinsten Marktwert der Liga überraschen die Saison auf den 5. Tabellenplatz. Auch wenn es für den 2007 gegründeten Klub ein historisches Ergebnis war, stand das Schicksal des 1. FC Kahnmarienborn Anfang des Jahres schon fest. Der Verein teilte im März 2023 mit, dass er seine erste Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Regionalliga West nehmen wird. Dies hatte keine sportlichen Gründe, sondern das Stadion des 1. FC Kahnmarienborn, die Herkules-Arena mit ca. 4.000 Plätzen, erfüllt nicht mehr die verstärkt gewordenen Zulassungsbedingungen des Westdeutschen Fußballverbandes, um weiterhin in der Regionalliga antreten zu dürfen. Unter anderem erwartet der Westdeutsche Fußballverband, dass jeder Regionalliges einen überdachten Stehenplatzbereich besitzt und ein Stadion bietet, in dem er immer antreten kann. Derzeit nutzen die Kerner neben ihr eigenes Stadion bei Topspielen wie gegen Preußen Münster, wie dem Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg oder Alemannia Aachen, das siegennah Leimbach-Stadion mit ca. 18.000 Plätzen. Dies wäre aber laut den verschärften Regeln nicht mehr möglich und der Verein müsste alle seine Heimspiele in der kleinen Herkules-Arena austragen, die ebenfalls nicht den Anforderungen des Westdeutschen Fußballverbandes entspricht. Helfen würde ein kompletter Umzug in das Regionalliga-taugliche Leimbach-Stadion der benachtbarten Sportfreunde siegen. Dies lehnte der Verein aber ab, da dadurch zusätzliche Kosten auf den Verein zugekommen wären. Außerdem stellte sich die Frage, ob der dortige Naturrasenplatz den Spielbetrieb zweier Mannschaften vertragen würde und ob nicht viermal wiederholte Spielabsagen wegen schlechter Platzverhältnisse aufkommen würden. Florian Leipold, erster Vorsitzender des Vereins, holt in einer Meldung bezüglich der Verschärfung der Anforderungen und einem möglichen Wechsel in das Leimbach-Stadion weiter aus. Zitat Es war für uns eine schwere und sehr traurige, aber am Ende leider alternativlose Entscheidung. Der Westdeutsche Fußballverband hat uns mit der extremen und sehr plötzlichen Verschärfung der Lizenzauflagen die Grundlage genommen, um weiterhin in der Herkules-Arena spielen zu dürfen. Kahn-Marienborn war und ist unsere fußballerische Heimat, mit der wir unfassbare Erfolge erarbeitet und gefeiert haben. Wir konnten unsere sportliche Heimat nicht aufgeben. Neben einem möglichen Stadionwechsel war auch eine Fusion mit der Sportfreunde Siegen im Gespräch gewesen. Sogar der Name Erste FC Siegen stand schon fest. Doch die Verhandlungen der Vorstände von Kahn-Marienborn und den Sportfreunden führten offenbar zu keinem Ergebnis. Besonders pikant an der ganzen Geschichte ist die Rolle des ehemaligen Bundesligisten Rot-Weiß Oberhausen. Hajo Sommers, Präsident des Regionalliga-Konkurrenten, lästerte nämlich vor der Bekanntgabe des freiwilligen Rückzugsgegenüber Reviersport in Richtung des Klubs aus Siegen. Zitat Denen war das alles egal, sowohl bei den Klos oder den Presseplätzen. Die spielen aber trotzdem in der Liga mit und das auch gut, weil sie die ganze Kohle in den Kader stecken und nicht in die Infrastruktur. Darüber haben wir uns auch beschwert. Hajo Sommers gab hier zu, dass er den Westdeutschen Fußballverband über die Lage in Kahn-Marienborn informierte und sich beschwerte. Wenige Tage später gab der 1. FC Kahn-Marienborn seinen Rückzug aus der Regionalliga West bekannt. Zu den Vorwürfen äußert sich Florian Leipold folgendermaßen, Zitat Wir müssen leider erkennen, dass Vereine wie der 1. FC Kahn-Marienborn in der Regionalliga nicht mehr erwünscht sind. Unser Fokus war es, die vorhandenen Mittel in den sportlichen Erfolg zu investieren und nicht in VIP-Plätzen. Der Vorstand schiebt nach, Zitat Man hat das Gefühl, da gibt es eine elitäre Gruppe, die wollen unter sich sein. Unsere sportlichen Erfolge in diesem Jahr haben dann den ein oder anderen anscheinend aufgeschreckt. Auch Andreas Weber, Hauptsponsor des 1. FC Kahn-Marienborn und Chef des bundesweiten Komplettsanierungen Polygon Watro, hat bezüglich der Aussagen des RWO-Präsidenten noch was zu sagen. Und jetzt wird es richtig wild. Zitat Was erlaubt sich Herr Sommers eigentlich? Jahr für Jahr betteln die uns an, dass wir bei denen wieder etwas machen und dann verpetzen die uns beim Verband. Lieber verbrenne ich das Geld, mehr uns Sportlichkeit, mehr schlechtes Benehmen geht nicht mehr. Ich wünsche Ihnen und Rot-Weiß Oberhausen nur das Schlechteste. Ich hoffe, dass Oberhausen sportlich untergeht. Und ich sage Ihnen eines, bei uns gibt es Toiletten. Sommers Wahl wurde der Einzige, der diese nicht gefunden hat. Wir stehen trotzdem in der Tabelle vor Oberhausen. Kama wird zurückschlagen. Rot-Weiß Oberhausen wird niemals aufsteigen. Nach dem Rückzug aus der Regionalliga war der Klub zwischenzeitlich in die Oberliga, die fünfte Spielklasse im deutschen Ligensystem, eingestuft worden. Das bezeichnete man aber als Missverständnis. Da der 1. FC Kahn-Marienborn eh nicht mehr in die Regionalliga aufsteigen kann und darf, würde eine Einstufung in die Oberliga keinen Sinn machen, da der Verein sich dort nie wirklich weiterentwickeln könnte. Freiwillig begab sich der Verein in die Kreisliga C, die elft und niedrigste Spielklasse des Landes. Daraufhin verließ die komplette Mannschaft den Verein, die meisten zum Stadtrivalen Sportfreunde siegen, manche nach Aachen, Köln oder Gütersloh. Auch Erfolgstrainer Thorsten Nebauer, der ein bisschen aussieht wie Carsten Stall, nur ich glaube Nebauer wäre ein seriöserer Kinderschützer, legte seinen Posten nieder. Ersetzen tut ihn jetzt Sami Restjui, ich hoffe es ist so richtig ausgesprochen, der als Spielertrainer auch in der Abwehr aushelfen soll. Die drastische Veränderung des ersten FC Kahn-Marienborn innerhalb kürzester Zeit wird bereits im ersten Pflichtspiel der Saison deutlich. Im westfälischen Landespokal trifft der C-Ligist in der ersten Runde auf den Oberligaaufsteiger FC Gütersloh. Trotz des Heimvorteils hatte der erste FC überhaupt keinen Hauch von einer Chance und verlor das Pokalspiel gegen Gütersloh mit über 30 Gegentoren. Der Stürmer Grigoris Diktarjarev konnte dabei 8 Tore erzielen. In der Kreisliga C-Siegen Wittgenstein spielte man am 13. August sein erstes Ligaspiel und verlor dieses gegen die Reserve von SV Setzen 1 zu 5. Stand der Aufnahme gab es noch zwei weitere Ligaspiele, die nicht siegreich ausgingen und der ehemalige Regionalligist steht in der untersten Spielklasse Deutschlands auf den vorletzten Tabellenplatz. Auch noch spielten die Kerner am vergangenen Donnerstag im Grombacher Kreisbokal gegen den SG Hickengrund, ein Verein aus der Kreisliga A und verlor gegen diesen 2 zu 14. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Vereine aufgrund einer zu kleinen Spielstätte oder einer unzureichenden Infrastruktur trotz sportlich positiven Ergebnissen sich aus der Regionalliga zurückziehen mussten. Ehemalige Vierligisten wie der TV Herkenrath, der FC Oberlausitz oder der FC Schönberg 95 haben sich aufgrund mangelnder Infrastruktur freiwillig aus der Regionalliga zurückgezogen. Ein weiteres Beispiel ist der TV Groß Bardorf, der 2008 09 in der Regionalliga Bayern aufgestiegen ist, aber aufgrund der doch zu kleinen Spielstätte nach einer Saison zwangsabsteigen musste. Auch der SV Pulach und die Sportfreunde Baumberg erreichten zwar die Aufstiegsplätze in der Oberliga, durften aber wegen fehlender Infrastruktur nicht in die Regionalliga aufsteigen. Die Verschärfung der Zulassungsbedingungen des westdeutschen Fußballverbandes hätte neben den 1. FC Kahn-Marinborn auch fast den 1. FC Düren getroffen. Dieser musste lange zittern, bekam letztendlich doch die Lizenz für die Regionalliga. Es ist erstaunlich und auch gleichzeitig beängstigend, wie schnell es bergab gehen kann. Von dem biblischen Underdog David, der den großen und mächtigen Goliath gegenübersteht, zu einem arbeitslosen Penner in der Gosse, der von zwei Zwölfjährigen verprügelt wird. Das war der Aufstieg und Fall des 1. FC Kahn-Marinborn. Was ist eure Meinung zum Thema? Findet ihr die Verschärfung der Zulassungsbedingungen zu übertrieben oder genau richtig? Was hättet ihr als Verein gemacht und glaubt ihr, dass der 1. FC Kahn-Marinborn irgendwann mal wiederkommen wird? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnte euch eines dieser Videos eventuell interessieren. Der Aufstieg und Fall des FC Malaga oder warum Kasachstan und Co. an europäischen Wettbewerbe teilnehmen dürfen. Folgt mir auf Instagram, atnaurofootball. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.